In diesem Video erlernen Sie den Umgang mit Ihrer neuen ZEISS VR One Plus. Entnehmen Sie die Smartphone Halterung aus Ihrer VR Brille. Legen Sie Ihr Smartphone mittig in die Smartphone Halterung und fixieren Sie es. Starten Sie die YouTube App und suchen Sie nach der VHS Wien Online Mediathek. Drücken Sie im oberen Bildschirmrand auf Playlists. Wir haben Ihnen eine 360 Grad Video Playlist vorbereitet, die wir laufend aktualisieren und erweitern. Wählen Sie den Vollbildmodus und drücken Sie auf das kleine VR Icon auf dem Bildschirm. Schieben Sie jetzt die Smartphone Halterung zurück in Ihre VR Brille. All jenen, die zum ersten Mal eine VR Brille verwenden, raten wir diese im Sitzen zu verwenden. Die Wiener Volkshochschulen wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer neuen VR Brille. Hier眼nach sind wir mit der Verleihung. Untertitelung des ZDF, 2020